Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden und Freunde, herzlich willkommen in unserem neuen Schauraum. Danke, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind und mit uns die Eröffnung zu feiern. Man könnte ja sagen, jetzt ist alles geschafft, aber eigentlich geht es ja jetzt so richtig los. Wir haben jetzt ca. 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche, einige Gebäude sind unter Kellern und bieten Abstellplatz für 50 Autos. Ich bitte Herr Pfarrer Johann Zauner um die Segelung des Gebäudes und das Segelung des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich komme auf diesen Raum und auf diesen Betrieb herab und bleibe da alle Zeit. Amen. Allmächtigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hal Tina, des Sohnes und des Heiligen Geistes. What are you gonna think, girl, for my new way, too? What are you gonna think, girl, for my new way, too? What are you gonna think, girl, for my new way, too? What are you gonna think, girl, for my new way, too? Ja, bravo! Ja, bravo! Adjust this again. Lass you go to the sun. Yeah yeah, let go fast again. It's U its time to get kicked ARD Text im Auftrag von Funk